Der legt ab. Der sieht aber tuner aus. Den kann ich längs legen. Alter, das ist Balsaholz. Ich krieg kaum gebogen. Gewichtescheiße. Der ist morsch. Haben wir auch mal Glück. Ach so. Wir rollen weiter. Ich denke, das ist ein bisschen zu tun. Ich denke, das ist ein bisschen zu tun. Ich denke, das ist ein bisschen zu tun. was weiß ich mit der kamera ich könnte so schön auf der straße fahren da kann ja jeder beinwärts rutscht da haben wir es aber da haben wir den salat alles liegt quer den vorderrad anheben könnte man dadurch kommen stecken wir nass den bein machen das ist das hauptstück das ist das hauptstück das ist das hauptstück nicht wackeln da 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 müssen er Das war's für heute. Vielen Dank.